Ich fühle mich! Schön, dass du... Ramm die MC, Alter! Also, weiter! Lass die Hände raus! Ja, und nicht mal! Das ist der Herr Hilmaß, unser Inhaber. Du darfst meine Hand wieder loslassen. Wo wohnst du denn? Mosach. Wo kommst du denn her? Lechenau. Was arbeiten Sie denn? Versicherungsmakler. Er ist Verbrecher. Sie auch. Ich auch, das macht nichts. Wir sind alle Verbrecher. Kannst du mal eine Kündigung schreiben? Schau mal, hier ist ein Fummel. Ein Fummelbecken. Sie ist die Putzfrau. Sie schämt sich nur.